Prozent Prozent dort 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 Oh nein es sind die blauen Würmer auf keinen Fall Eiswürmer nein sonst hätten sie ja Namen sie greifen auch gar nicht langsam an Todes Animation ach und dann rutscht sie plötzlich aus Loch heraus sehr interessant Nerven Degenerationserreger Alter so diesen XE-Angriff den sollte ich echt vermeiden Alter das Gift das ist nicht ohne das ist wirklich böse Unsterblicher oh nein der hält wieder so verdammt viel aus hm dann locke ich den mal hier rum in der Hoffnung dass sie mich nicht mit ihren Fernkampfattakten treffen und ich bin selbst zu doof dafür geht doch hoch runter fuh das war knapp Kollege ernsthaft Der hätte es fast geschafft. Und wieder ein Kristall. Pulling. So. Und noch einmal. Und schon sind wir wieder voll dabei. Voll im Leben. Entflammen. Ich sollte diesen Angriff wirklich unterlassen. Irgendwie scheint der festzuhängen. Na komm. Jetzt häng ich hier fest. Ich frag mich was das jetzt gerade war. Was da so komisch aufgeleuchtet hat. Au. Ja da. Daran hätte ich vielleicht auch selber denken können. Dass ein Flamm damit auch ziemlich. Au. Schaden macht. Mit den Bomben die da. Anbeiliegen. Na komm her. Ich lass mich von denen nicht ins Bock sonnjagen. Du bist doch. Ein Spirit. Arschloch. Böse. So jetzt hab ich noch vier Heiltränke. Ewiger Erdkristall. Und. Entflamms Herz. Schön. Dass er ein Herz besitzt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ob wir hier noch irgendwo. So Lebensteile finden. Hier. Noch ein weiterer Erdkristall. Ja ist das nicht schön. Wofür auch immer diese Kristalle da sind. Und. Döp. 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 Äußlebau. Kaputt. Hier ist noch was. Weil jeder von diesen. Lebenskristall. Teilen. Whatever. Diese Herzen. Die ich hier dann finde. Die muss ich logischerweise nicht dann durch. Diesen komischen Heiltrank. Zaubertrank. Ne. High Potion. HP Trank. Des Lehrlings. Trinken. Verwenden. Wie auch immer. Dong. Ich sehe aber jetzt keine weiteren. Außer dass hier hinter Gold gefallen ist. Hm. Kein Kommentar. Sowas sollte nicht passieren. Stellt euch vor das wäre einer der seltensten Gegenstände. Kann alles passieren. Es war auch schon alles passiert. Oh oh. We have company. We are friends actually. Zapp zapp. Hand weg. Cooler Angriff. Cooler Angriff. Hahaha. Eine coole Kombination. Eine exzellente. Ein cooler Angriff ist in dieser Umgebung schon sehr komisch. so 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 so. So so so. So so. Und auch kaputt. Das war ne dumme Idee. Aber egal. Kick. Kick. Sparta. Hätte ich ihn dazu noch treffen müssen. noch so ein R-Kristall. Irgendwie scheint es hier so auch für Drops nicht so viel unter. Grafik Bug. Yay. Yay. Sehr interessant. Erinnert mich an so ein paar Spiele. Bei denen es auch solche Bugs gibt. Wo man dann durch den Boden fällt. Und die ganze Umgebung dann auch so schillernd aussieht so. Ich weiß nicht wie ich das nennen soll. Das ist wirklich so. Sehr hell. Ich weiß auch gar nicht wodurch das da so zustande kommen könnte. Ich meine mit der Thematik von manchen Computerspielen. Kann man sich ja schon so auseinandersetzen. Aber. Puh. Manchmal weiß ich einfach nicht woran das dann liegt. Kann auch sein dass das irgendwelche Fehler sind in den Algorithmen des Spiels. Wer weiß. Ich denke die meisten. Werden sich sowieso nicht damit beschäftigen. Von daher ist das eigentlich. Zumindest meisten Schnurz. Wer war das? Du warst das. So. Extra Portion Light kriegst du. Hier. Finish. Von wegen. Ich weiß eh nicht wie das geht. Zerbrochener Fall. Overkill. So. Und jetzt kommt so ein riesiges blaues Vieh. Ne? Nein. Lustiger EB-Loch. Warum bist du lustig? Ach. Du bist lustig, weil du so eine Steinschleuder hast. Was? Bitte versuch es später erneut. Hä? Was denn? Hä? Oder ist das hier irgendein Spruch von dem lustigen Ebbeloch? Die Viskose-Flüssigkeit hat deinem Körper bedeckt nur her, sich zehn Sekunden lang zu sprinten. Ich kann sprinten? Ist das der Sprint? Ich hoffe nicht. Das ist eher sowas wie ein Dash. Dash. Blub, blub. Na, was kannst du sonst? Was kannst du sonst? Ist die KI echt so doof? Dass der sich erst in meine Richtung bewegen muss? Hier, komm, mach was. Ja, bläh. Alter, das ist ekelhaft. Schnodder. Ja, ist gut. Komm, schnodder nochmal für mich. Ja, oder leg dich mir zu Füßen. Ist auch okay. Machen wir es halt so. Und besiegt ist er der lustige, der fidele Ebbeloch. Was auch immer ein Ebbeloch ist. Kobold-Lederhandschuhe. Bombentasche. Aha. Der hätte also unter Umständen auch mit Bomben nach uns geworfen, oder wie? Das ist ja nicht so schön zu wissen. Mh, büpp, 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 büpp. Und nochmal. Das ist das, das ist aber nicht sprinten, ne? Komisch, komisch. Oh, 14 Minuten dafür Zeit gelassen. Das ist ja ein ganzer Part. Ein ganzer Part. Okay. Cool. Ein ganzer Part. Für einen so einen Teil. Gut, hier müssen wir nie wieder hin. Tschüss. Ja. Da sind wir wieder. Erhöhe Gleitschrittkenntnisse auf D. Kann ich das denn schon? Dann kriege ich Wendeschritt. Gut, dann rede ich jetzt hier erstmal noch mit Generäling Wien. Die, 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 die. Verfolgungsjagd. Tränke trinken da. Kobold. Das ist schön. Mögelnde Vorräte. Ist ja hier. Bitte sehr. Ich hab ja nicht, äh, zu viel. Ich hab ja nicht zu wenig. Hau mal. Und wieder, ja, haufenweise. Geben bitte sehr. Ja, jetzt überhaupt kein Problem. Ne Waffe. Hab ich ne Waffe für dich? Ne, anscheinend nicht. Alter, sieht so komisch aus. Hast du ein Quiz für mich? Spätrupp. Zu später Trupp. Das ist doch... Lagerfeuer. Erlaub dir, Lagerfeuer zu machen. Erhöhnt ein Lagerfeuer-Bonus. Einen... Cool. Meisterschaft der Stärke. Erhöhnt deine Stärke. Das ist cool. Trainieren. Ja, mal stich. Danke. Der Intelligenz. Intelligenz kann auch nicht schlecht sein. So. Oh, ja. Frage her.